Am 14. Juni 2019 fand in der Schweiz die größte politische Mobilisierung seit dem Landestreik statt. Über eine halbe Million Frauen gingen an diesem Tag für die Gleichstellung auf die Strasse. Ein starkes Zeichen. Doch jetzt müssen wir Taten sehen. Frauenberufe aufwerten, höhere Löhne. Die Gleichstellung kann nicht in Quarantäne. Weshalb kämpfen wir? In der Öffentlichkeit und im Netz. In der violetten Woche bis zum 14. Juni 2020. Respekt, mehr Lohn, mehr Zeit. Jetzt erst recht. Herzlich willkommen zu unserer Diskussionsrunde zum Gender Data Gap und seinen Folgen. Die Diskussionsrunde im Rahmen der violetten Woche zum Frauenstreik. Ich möchte ganz kurz die Spielregeln erklären zur Diskussionsrunde. Ihr könnt jederzeit Fragen stellen im Chat, direkt auf Facebook oder wo auch immer ihr schaut. Falls ihr auf YouTube schauen solltet, müsstet ihr euch noch schnell einloggen. Und falls es zu viele Fragen geben sollte und wir nicht genügend Zeit haben, könnt ihr die gerne an gleichstellung.syndicum.ch schicken. Wir werden die dann im Anschluss beantworten. Heute diskutieren mit mir Alexandra Knach. Sie ist Professorin für Medienlinguistik mit Schwerpunkt Social Media, Mitglied des Kernteams Strategische Initiative vom ZHW Digital und Head vom Institut für Angewandte Medienwissenschaften vom Media Lab. Herzlich willkommen, Alexandra. Hallo. Und dann haben wir noch Nadja Fischer. Sie ist Mitgründerin und CPO von WT Works. Das ist die erste Firma in der Schweiz, die Tech- und IT-Teams zu mehr Diversität hin entwickelt. Auch dir herzlich willkommen, Nadja. Hallo. Und ich bin Lena Allensbach, ich bin stellvertretende Leiterin Kommunikation bei der Gewerkschaft Syndicum, Politologin und ich werde die Diskussion heute leiten. Ja, weshalb muss ich als Frau immer so lange für die Toilette anstehen? Das haben sich bestimmt schon viele Frauen gefragt. Auch wieso ist mir eigentlich immer kalt im Grossraumbüro und meinen männlichen Kollegen nicht? Die Datenwelt basiert fast ausschliesslich auf männerbasierten Daten. Der Mann als Norm und die Welt von Männern für Männer designt. Und genau hier kommt ein Begriff ins Spiel und das ist der Gender Data Gap. Alexandra und Nadja, ihr setzt euch beide in eurer täglichen Arbeit mit diesem Gender Data Gap auseinander. Zuerst die Frage an dich, Nadja. Wie würdest du diesen definieren? Ja, danke. Also wir sehen ihn natürlich von WeTiWorks aus vor allem in Bezug auf digitale Lösungen und Produkte, die heute erschaffen werden und so wichtig sind in unserem momentanen Leben und immer wichtiger werden in der Zukunft. Und dort sehen wir einfach oft, dass für digitale Lösungen und Produkte natürlich Daten benutzt werden, und aber dort Daten genutzt werden, die nur eine einseitige Realität wie gespiegeln. Denn es wird oft nicht gefragt, es wird oft nicht nach dem Gender der Daten gefragt. Also man hat dann einfach ganz viele Daten, aber unterscheidet nicht, kommen diese Daten von Männern oder kommen sie von Frauen. Und darum hat man dann ziemlich schnell einen Bias in diesen Daten drin, also eben eine Verzerrung. Und wenn man dann von diesen Daten aus Lösungen, neue Produkte kreiert, dann hat dann schlussendlich eben auch das Produkt diesen Bias drin. Und das kann tödlich sein. Also und zwar ist gerade heute war wieder im Zürcher Tagblatt ein schöner Bericht drin, dass für Schmerzmittel werden normalerweise nur männliche Mäuse gebraucht, um zu testen, ob die Schmerzmittel funktionieren oder nicht, weil man einfach sagt in der Wissenschaft, ja, das ist zu kompliziert mit weiblichen Mäusen zu machen. Die haben eine kompliziertere, komplexere Biologie. Was aber bedeutet, dass man, wenn man es nachher dann eben auf den Markt setzt, die Schmerzmittel tatsächlich viel besser funktionieren für Männer als für Frauen. Und natürlich gibt es noch viel extremere Beispiele. Also den Airbag, den hat man auch entwickelt und man hat dafür einen Dummy genommen, also ein Muster eines Mannes mit 80 Kilo schwer und 1,80 Kilo groß und hat dann die Airbags getestet, hat gesagt, ja, das ist gut für auf den Markt, hat man auf den Markt gebracht und dann gab es tödliche Unfälle, wo alte Leute, Kinder und auch Frauen umkamen bei Unfällen, weil die Airbags eben zu stark waren. Und das verstehen wir in der digitalen Entwicklung unter dem Gender Data Gap. Natürlich gibt es auch Lösungen, die nicht gerade tödlich sind. Auf das werde ich auch nachher noch zu sprechen kommen. Alexandra, kannst du dich dem mehrheitlich anschliessen oder wie ist das aus deiner Perspektive oder aus deiner Erfahrung? Ich kann mich dem absolut anschliessen. Das Fällen der weiblichen Perspektive führt zu einer absichtlichen Verzerrung der Wahrnehmung, wie wir quasi die Realität wahrnehmen oder wie sie abgebildet wird. Und das ist gerade im Moment jetzt besonders relevant, weil wir ja mit Algorithmen arbeiten. Also viele Systeme basieren auf Algorithmen und die Algorithmen reproduzieren diesen Bias und amplifizieren ihn eigentlich noch. Da ist so die Grundannahme dahinter, dass der Mann eigentlich eben Standard ist oder auch geschlechtsneutral ist. Und ich habe ein paar Beispiele dafür, dass es das nicht ist. Also wenn ich zum Beispiel Professor, wenn das jetzt geschlechtsneutral ist, eingebe auf Google und die Bildersuche mache, dann komme ich dort nicht vor als Frau, als Professorin. Also es ist bestimmt nicht geschlechtsneutral. Und ich habe mir heute auch noch ein Spielchen gemacht, also die maschinelle Übersetzung zum Beispiel. Ich habe auf Diepl, was eine sehr gute maschinelle Übersetzung ist, zwei Sätze eingegeben auf Deutsch. Und zwar, meine Muttersprache ist Polnisch. Ich habe eingegeben, du bist sehr hübsch. Das ist eigentlich neutral. Herausgekommen ist, jestech barzoadna. Der A am Schluss sagt, es ist eine weibliche Form, es richtet sich an eine Frau. Da wird eine Frau beschrieben. Und dann habe ich eingegeben, du bist sehr erfolgreich. Und die Übersetzung war, pan jest barzos determinowane. Da war nicht nur männlich, sondern auch diese Höflichkeitsform. Also der Herr ist sehr determiniert. Das ist super interessant. Ja, wenn man zum Beispiel Nurse eingibt bei Dooptypel auf Englisch, dann kommt auch Krankenschwester raus. Obwohl Nurse ist auf Englisch bezeichnet, einen Krankenpfleger wie auch eine Krankenpflegerin. Genau, das heißt, diese Stereotypen spiegeln sich dann eigentlich in diesen Algorithmen wieder. Oder sie werden wie verankert in diesen Algorithmen. Und wie ihr jetzt beide gesagt habt, also mit diesen verschiedenen Beispielen, ist das etwas, das eigentlich unser ganzes Leben auch beeinflusst. Das heißt, in allen Lebensbereichen sind Daten, die, wenn sie einen Bias haben, dann eben nicht für die gesamte Bevölkerung gelten, sondern eben nur für die Hälfte. Und Alexandra, du hast dich ja unter anderem in eurem Media Lab damit beschäftigt, welchen Einfluss das eben auch haben kann auf die Stadtentwicklung. Kannst du dazu vielleicht etwas erzählen? Ja, es gibt ganz viele Beispiele aus der Stadtentwicklung, die eben auch auf diesem männlichen Bild basieren. Zum Beispiel öffentlicher Verkehr sehr stark Zentren und Agglomeration verbindet. Und da ist der Verkehr stark ausgebaut. Und es ist wirklich auf diese eigentlich schon veraltete Form ausgerichtet von jemandem, der sich zu Hause ausruht und dann ins Zentrum arbeiten geht. Man hat gemerkt aber, dass Frauen zum Beispiel oder auch allgemein Menschen, die zum Beispiel Betreuungspflichten haben, auf andere Wege angewiesen sind, weil sie eben auch noch einkaufen gehen, weil sie Kinder zum Arzt bringen und so weiter und so fort. Und es wird nicht im Verkehrssystem abgebildet. Wir sind ja aber nicht Städteentwickler im Media Lab. Wir sind eigentlich Kommunikationsleute. Und wir bilden aus für die Berufe Journalismus und Organisationskommunikation und forschen in dem Bereich. Wir arbeiten aber im Media Lab transdisziplinär, also mit Forschenden aus den Bereichen Data Science oder eben Nachhaltigkeit. Und das war ein Zufall, dass wir auf Smart Cities gestoßen sind. Wir haben mit jemandem zusammengearbeitet, mit dem Institut für nachhaltige Entwicklung. Die haben so in VR-Szenarien visualisiert, wie eine nachhaltige Stadt aussehen kann. Und wir haben dort das Storytelling gemacht. Und dann kam das Thema Smart Cities auf. Und wir haben gedacht, ja, für unsere Studierenden ist es immer gut, wenn sie an praktischen Beispielen arbeiten. Sie sollen doch mal VR-Szenarien schreiben für Games, für Smart Cities. Und dann haben wir gemerkt, die haben keine Ahnung, was eine Smart City ist, obwohl einige von ihnen in Smart Cities leben, die alle in einer Smart City studieren. Und dann haben wir gemerkt, dass dieser Diskurs um Smart Cities eigentlich von Technologieunternehmen dominiert wird, von der Politik, von der Stadtentwicklung. Aber Kommunikation spielt absolut keine Rolle. Wenn wir aber Städte haben wollen, die möglichst für alle lebbar sind, für alle lebenswert sind, dann müssen wir die Leute für die Stadtentwicklung beteiligen. Aber dafür müssen sie wissen, dass eben eine Smart City zum Beispiel datenbasiert entwickelt wird und dass Daten eine große Rolle spielen. Also für uns ist extrem offensichtlich geworden, welche Rolle die Kommunikation da hat, eben auch zum Beispiel um einen Gender Data Gap überhaupt zu überwinden. Und wenn du jetzt sagst, es müssen alle beteiligt sein bei der Stadtentwicklung, das heisst dann, es muss eigentlich über die gesamte Gesellschaft oder über diejenigen, die eben in der Stadt leben, müssen sich daran beteiligen. Oder würdest du auch sagen, jetzt zum Beispiel beim Gender Data Gap, dass sich auch die jene, die halt diese Stadt planen, die richten sich vielleicht auch nach ihren Bedürfnissen. Und wenn das halt vor die Männer sind, ist es dann eine männliche Stadt oder ist das eine falsche These? Absolut. Es ist durchaus so, wir haben alle einen Bias, wir gehen alle davon aus, wir nehmen die Welt selektiv wahr und gehen aber alle davon aus, dass unsere Wahrnehmung die richtige ist und es ist überhaupt nicht böse Wille, wenn bestimmte Aspekte nicht berücksichtigt werden, sondern die sind einfach für die Leute, die das entwickeln, schlichtweg nicht sichtbar. Und das ist dann ein Argument eben für diverse Teams und divers heisst Mann und Frau, divers heisst aber auch, dass beispielsweise Menschen mit Migrationshintergrund abgebildet werden. Also wenn ich über smarte Mobilität in einer Stadt nachdenke, dass ich darüber nachdenke, wie zugänglich ist die für alle Menschen in dieser Stadt, für jemanden, der zum Beispiel die Sprache dieser Stadt nicht so gut kennt, für jemanden, der ein bisschen Berührungsängste hat mit Technologie zum Beispiel. Und da, also ich meine die ganze Diversität in Arbeitsteams, aber auch in Gedanken dazu und dann eben auch in Daten, die gesammelt werden. Es werden jetzt schon ganz viele Daten im öffentlichen Raum gesammelt, die eben in die Gestaltung von Städten einfließen und diese Daten werden momentan nicht so gesammelt, dass eben diese Diversität abgebildet wird. Ja, und wenn wir über Diversität sprechen, Nadja, das ist ja dein Kernthema. Und da gehen wir von der Stadtentwicklung eigentlich rein in den Arbeitsmarkt. Studien haben ja gezeigt, dass Männer, die glauben, ihre Einstellungskriterien seien objektiv, dass diese dann eher männliche Bewerber einstellen, als eigentlich Frauen, die eine identische Bewerbung einreichen. Und ich habe mir dann gedacht, das kann ja eigentlich nur die Spitze des Eisbergs sein, weil es muss ja wahrscheinlich schon früher anfangen. Und wie ist das bei euch bei Wittyworks? Sie setzt euch ja gezielt eben genau mit diesem Problem auseinander. Ja, das ist so. Also wo wir es vor allem natürlich entdeckt haben, ist im ganzen MINT-Bereich. Also das heißt in der Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften und Technik. Und dort ist es, also das sehen wir ja heute, und das wird ja auch immer wieder thematisiert in der Politik, dass wir zu wenig Frauen in der Führungsposition haben, in den Geschäftsleitungen oder auch in den Verwaltungsräten. Und wieso das so ist, das haben wir dann auch recherchiert, also nicht selbst recherchiert, sondern uns durchgelesen durch alle diese Studien. Und das meiste kommt hier immer einfach von unserer Sozialisierung. Und wir treffen immer noch Entscheidungen aufgrund von unserer Sozialisierung. Aber wir haben uns als kleine Kinder völlig unbewusst gewisse Muster angeeignet. Und leider, wenn wir dann Erwachsene werden, sind diese Muster nicht einfach weg, sondern wir tragen sie weiter. Also da möchte ich euch zwei Beispiele nennen. Das eine ist die Heidi Reusen-Studie. Ich finde die super interessant. Also Heidi Reusen ist wirklich eine Frau. Die gibt es. Sie ist eine super erfolgreiche Venture-Kapitalistin im Silicon Valley und ist auch Unternehmerin. Und man hat dann ihren Lebenslauf genommen und hat ihn kopiert und hat einmal hingeschrieben Heidi Reusen und einmal Howard Reusen. Also man hat nur den Vornamen geändert. Und Bilder hat man nicht hingetan. Also das Einzige, was wirklich verschieden war in diesen zwei Kopien, war der Vorname. Und dann hat man diese Lebensläufe mehr und hundert Studenten gegeben, also Studentinnen und Studenten, und hat ihm zwei Fragen gestellt. Wie kompetent empfindest du diese Person und würdest du gerne mit ihr zusammenarbeiten? Und das Krasse, was dabei herauskam, war wirklich, dass man mit Howard, den empfand man als sehr kompetent und auch als sehr sympathisch. Und darum wollte man mit ihm zusammenarbeiten. Heidi hingegen empfand man als sehr kompetent, aber nicht als sympathisch. Man wollte nicht mit ihr zusammenarbeiten. Und das Krasse ist, dass dabei wirklich herauskam, dass Männer können beides zusammen sein und Frauen nicht. Frauen sind entweder kompetent, aber dann empfindet man sie nicht als sympathisch, oder man empfindet sie sympathisch, aber dann findet man sie nicht so kompetent. Und im Rekrutierungsprozess, also sagen wir eben für Führungspositionen oder GLS oder VRS, spielt das immer wieder gegen die Frauen. Genau solche Reflexe, oder? Und sie fallen dadurch einfach im Rekrutierungsprozess schneller raus als Männer, weil man will ja mit jemandem zusammenarbeiten, der kompetent und sympathisch ist. Und man muss auch dazu noch sagen, dieser Bias im Denken war bei den weiblichen Studierenden und männlichen Studierenden der gleiche, weil wir so sozialisiert wurden. Und die Sozialisierung dahinter ist eben, dass Frauen und Karriere, das geht in unseren Köpfen irgendwie nicht zusammen. Und im MINT-Bereich ist das natürlich super extrem. Das ist die andere Sozialisierung, dass die Männchen, die werden zu Sorgfalt, Pflege, Unterstützung sozialisiert. Und man sagt ihnen dann auch, geh in die bildende Künste oder in die bildende Künste und Sprache. Und bei den Buben ist es eher so, die werden auf Wettbewerb und auf Schnelligkeit und Risiko eigentlich sozialisiert. Das sieht man ja auch auf dem Spielplatz, oder? Den Buben sagt man, ja, spring doch mal runter, versuch es mal. Und der Mädchen ist so, nein, pass auf. Und die werden nachher später auch auf die MINT-Fächer sozialisiert. Eben, ja, da will es gut sein in Technik oder in Mathematik. Und das erhält sich nachher im Berufsleben sehr stark. Und darum haben wir immer noch die Probleme, die wir heute haben, wegen dieser unbewussten Beises. Und die steuern unsere Entscheidungen in der Rekrutierung, in der Beförderung ganz, ganz stark. Nur sind wir uns leider nicht bewusst. Das ist eben das Schlimme. Es ist sehr schwierig, das sich bewusst zu machen. Man kann es sich auch nicht abtrainieren, weil es ist so ein Reflex, den wir einfach gelernt haben. Und ich fand es sehr spannend, dass du vorher gesagt hast, dass das eben auch in die Technik, also in die technologischen Lösungen reinfließt. Also wir haben das jetzt gesehen. Bei Amazon gibt es so ein superschönes Beispiel. Die haben eine AI, also AI konzipiert und nachher hat die natürlich auch aufgrund der Daten gelernt, damit sie nicht mehr selbst diese erste Vorselektion der Lebensläufe machen müssen selbst. Und dann haben sie einfach die AI darum gebeten, das zu tun. Und Amazon hat dann plötzlich gemerkt, nach einer gewissen Zeit, dass die künstliche Intelligenz ständig nur die Lebensläufe von Männern rausspickt oder zu einer großen Mehrheit. Und sind dann eben auf den Grund gegangen und haben gemerkt, dass die künstliche Intelligenz aufgrund von den Lebensläufen natürlich gelernt hat, die ihnen ihr gefüttert worden ist. Und das sind zehn Jahre Lebensläufe von Amazon, die natürlich männlich dominiert waren. Und die künstliche Intelligenz hat dann gelernt, dass alles, alle irgendwelche Begriffe, die irgendwas mit Woman drin haben, dass das etwas Negatives ist. Also sobald eine Frau einen Lebenslauf eingeschickt hat, wo steht, ja, ich war im Women's College oder ich war die Präsententin des Women's Jazz Club oder so, wurde die gerade ausgefiltert von der künstlichen Intelligenz als etwas Negatives, weil sie das vorher nie entdecken konnte. Und so wurden natürlich diese Frauen nie zum Einstellungsgespräch eingeladen. Und also ich finde, das ganz Erschreckende dabei ist natürlich, solche künstliche Intelligenz verstärkt unsere Beises, wenn wir nicht darauf achten, oder? Weil das einfach viel schneller ist als das menschliche Hirn. Ja? Und es ist ja auch sehr schwierig, die dann wieder aus der künstlichen Intelligenz rauszubekommen. Also ich nehme an, Amazon konnte das dann nicht mehr verwenden. Nein, also super interessant, sie haben es versucht, quasi die künstliche Intelligenz umzulernen, aber das ging nicht. Sie mussten den Apparat abstellen. Also den Apparat, die Intelligenz, ja. Und jetzt in den MINT-Berufen ist es ja häufig auch so, dass vielleicht die Jobprofile nicht korrekt ausgeschrieben werden, oder? Oder dass man sich an diesem Leben der Männer orientiert oder vielleicht hauptsächlich Männer auch angestellt hat und dann die Jobbeschreibungen auch nicht ansprechend sind für Frauen. Ja, das ist absolut der Fall. Also es hat dazu auch Studien gegeben in den USA und die wurden dann aber auch bestätigt in Deutschland und China. Und was man da untersucht hat, war, wie interpretieren Frauen und Männer die Sprache in Stellenanzeigen? Gibt es hier Unterschiede? Und man hat tatsächlich festgestellt, dass eben die Interpretation der Sprache genderspezifisch ist. Es gibt Wörter, die ganz klar für Männer sehr anziehend wirken. Und das Interessante ist eben, dass es von der Sozialisierung her kommt. Also alles, was so kompetitiv ist, wirkt auf Männer anziehend. Hingegen auch Frauen abschreckend, weil sie eben anders so sozialisiert wurden. Also zum Beispiel, wenn dann ein Vorgesetzter oder in einer Stellenanzeige steht, ja, wir haben anspruchsvolle Aufgaben und wir sind leistungsorientiert und sowieso sind wir die Nummer eins und möchten schnell wachsen. Das sind alles so unterschwellig kompetitive Nachrichten. Dann bewirbt sich hier eine Frau eher nicht. Und das ist genau das, was wir jetzt versuchen mit den Unternehmen rüberzubringen, ist, hey, ihr müsst eure Stellenanzeigen anders schreiben, damit sich Frauen überhaupt bei euch bewerben oder überhaupt, dass die Branche, die ganzen MINT-Branchen überhaupt spannend für Frauen werden, weil sonst werden die nicht kommen. Oder die müssen etwas anders sehen, die müssen abgeholt werden und die müssen auch sehen, dass das Unternehmen sind, denen es wichtig ist, dass sie von Frauen überhanden angenommen werden, oder? Genau. Für das haben wir den Diversifier programmiert. Das ist ein Online-Tool, das man brauchen kann, um Stellenanzeigen so zu schreiben, dass sie eben nicht mehr abschreckend wirken. Ich denke, Unternehmen verlieren ja auch ganz viel, wenn sie diese Frauen eben nicht anziehen. Und unsere Gesellschaft verliert ganz viel, weil wir dann eben so einseitige Lösungen haben. Ja, absolut. Und eben, wir haben viel jetzt auch über die Sozialisierung gesprochen oder eben über diese Rollenbilder, die sich vielleicht, oder diese Denkmuster, die sich bei allen von uns eingeprägt haben, vielleicht von Kind an, wie eigentlich bei einer künstlichen Intelligenz, die falsch lernt. Da würde mich jetzt auch noch wundern, Alexandra, du hast vorhin gesagt, eben deine Studentinnen und Studenten haben dann mit diesen Smart Cities ausprobiert. Habt ihr da auch gemerkt, dass sich gewisse Muster ergeben? Haben, dass gewisse Studentinnen oder Studenten, die vielleicht eher, ich weiß nicht, gewisse Interessen haben, dann sich eher auf das spezialisiert haben? Zum Beispiel eben Velo-Wege oder… Nein, das haben wir, das könnte ich so nicht sagen. Was wir gemerkt haben, ist aber etwas, was ganz fest daran anschließt, was Nadja vorhin gesagt hat, dass wenn wir im Seminar dann sagen, es geht um Programmieren, ihr müsst nicht Programmieren lernen, aber ihr müsst begreifen, wie Programmieren geht und um technische Lösungen, dass die Frauen häufig das Gefühl haben, das kann ich nicht und Männer sofort das Gefühl haben, das kann ich. Und wir dann in der Umsetzung merken, dass beide das genau gleich gut können und dass bei den Frauen eigentlich im Kopf die Idee da war, ich kann es nicht. Aber um diese Lösungen eben, es ist spannend, wir haben diese Idee nach Seoul mitgenommen. Zurich mit Seoul, das war sein Programm für Austausch, für interkulturellen Austausch. Und dort haben wir die Idee eines Games präsentiert, an dem sich Frauen aus unterschiedlichen Kulturen beteiligen können, um beispielsweise prototypische Probleme und Lösungsansätze zu definieren. Und da hat eine Teilnehmerin etwas ganz Spannendes gesagt, sie hat gesagt, dass in einer Smart City wünscht sie sich eigentlich so etwas wie eine Genie in ihrem Telefon, seinen guten Geist, oder? Und wenn sie dann Schwierigkeiten hat, dann kann sie immer diese Genie anfragen, diese Genie ist da. Aber diese Genie ist eben auch programmiert. Und das heißt, wenn diese Frau an einer Bushaltestelle steht und der Bus kommt nicht, dann müsste die Genie sagen, wie lange geht es noch, bis der Bus kommt? Und wie kommst du nicht am schnellsten zur nächsten Möglichkeit, sondern wie kommst du am sichersten zur nächsten Möglichkeit? Und damit eben solche Lösungen entwickelt werden, müssen Frauen beteiligt sein an der Lösungsentwicklung. Spannend, ja. Ja, und müssen vor allem auch Frauen abgefragt werden, oder? Also ich denke, man macht ja in der Entwicklung von digitalen Lösungen ganz viele Usability-Tests. Und ich finde, dort ist es extrem wichtig, dass halt auch die Versuchsgruppe auch Frauen sind, weil sie je nachdem ganz anders reagieren. Also es gilt ja nicht nur für die Frauen, es gilt ja auch für verschiedene Kulturen, oder? Ich habe mal eine Übung gemacht, da musste man so Pisten zeichnen und Wanderwege. Und nachher hat das eine Hongkongerin getestet und die hat das ganze Konzept mit roten, blauen und schwarzen Pisten überhaupt nicht verstanden. Sie hat gemeint, das seien irgendwelche Wege. Also eben, das ist einfach, wie wir denken, das, was du am Anfang gesagt hast, das ist unsere eigene Wahrnehmung, aber das heisst nicht, dass es die Realität ist. Absolut. Ja, und wenn wir jetzt vielleicht noch ganz kurz bei den MINT-Berufen bleiben, weil das ist natürlich für uns als Gewerkschaft in der IT und ICT auch ein grosses Anliegen, dass mehr Frauen, also dass die Vertretung von den Frauen höher wird. Eben häufig fängt es ja vorher auch schon an. Habt ihr auch schon Ansätze überlegt oder dergleichen? Oder seid ihr auch im Bereich der Lehre beispielsweise tätig oder wo es schon anfängt oder bei der Berufswahl? Also viele Frauen gehen ja gar nicht in die IT oder die MINT-Berufe rein, vielleicht eben, weil man denkt, ich kann das gar nicht, ich kann nicht programmieren, Mathematik liegt mir nicht, ich bin eher so, ich bin sprachlich begabt oder dergleichen. Und dann habt ihr dort auch Erkenntnisse gewonnen. An wen richtest du die Flagge? An beide, wenn also. Also wir arbeiten nicht mit Schulen zusammen, das tun wir nicht, leider, oder noch nicht. Was ich aber merke ist, also und das ist jetzt rein persönlich, was ich sehe, weil ich selbst eine Tochter habe, ich finde eigentlich, die Schulen machen das schon ziemlich gut. Und ich sehe auch, die Mädchen werden besser und besser in Mathematik. Also es ist schon fast hier eine Sorge, dass die Jungs nicht abgehängt werden. Lustig finde ich auch, dass es jetzt gerade so, also meine Tochter ist im Gymnasium, dass im Gymnasium auch stark versucht wird, dass eben diese Bias nicht plötzlich reinkommt. Und ich glaube, das gelingt ihnen auch ziemlich gut. Ich glaube, das Problem ist dort erstens bei der Wahl der Lehre und zweitens, was passiert nach dem Gymnasium. Und bei der Wahl der Lehre, da sehe ich einfach das Problem. Es ist genau in dieser Zeit, wo die Kids im Peering-Alter sind. Es geht nur darum, was macht die Gruppe. Und wenn halt der Stereotyp immer noch so ist, Frauen gehen eher in die Pflege und Jungs eher in die technischen Berufe, dann glaube ich, gibt es ganz viele Mädchen, die halt einfach dorthin gehen, wo die Peer-Gruppe hingeht und sich nicht wirklich für sich entscheiden. Also der Berufs-, ich glaube, die Berufswahl kommt in der Schweiz wie zu früh. Wenn sie irgendwie bei 18 Jahren läge, ich glaube, wir hätten nicht so ein Problem. Und dann beim Studium, also eben, wenn man das Gymnasium macht und das Studium wählt, dort sehe ich ein Imageproblem der Universitäten oder vor allem jetzt in der Schweiz, der ETH und der EPFL. Weil die, also was man von ihnen sieht, die Warnung, Umnehmung gegen Aussen, auch teils, wie sie jetzt mit Konflikten im Gender-Bereich umgegangen sind. Ich meine, das ist einfach super, nicht inspirierend für junge Mädchen, die sagen, ja, ich möchte vielleicht Mathematik studieren, oder? Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es dort vielleicht einfach auch, vielleicht getrennte Förderungsklassen braucht oder so irgendwie. Also damit die Mädchen eben nicht diese Angst haben, wie du vorher erzählt hast, ja, ich kann nicht programmieren, sondern dass wir in ihrer eigenen Peer-Gruppe lernen können und so die Angst davor verlieren. Ja, ich glaube, es ist die Peer-Gruppe, aber auch die Sinnhaftigkeit und die Motivation. Ich glaube, Mädchen und Jungen lassen sich über andere Dinge motivieren. Also Programmieren des Programmierenwillens zum Beispiel, Programmieren für einen bestimmten Zweck, und das könnte man sich zunutze machen. Wenn man eben nicht auch wieder das Ausbildungssystem eben an irgendeinem prototypischen, aber in der Realität gar nicht existierendem Wesen ausrichtet, das eben eigentlich geschlechtneutral ist, aber eigentlich männlich ist, oder? Ja. Und ich glaube, dort kommt aber auch die Kommunikation, also der öffentlichen Kommunikation eine sehr große Rolle zu. Welche Welt bilden wir ab in den Medien? Also in den Medien und auf Social Media, ich hatte mal lange Gespräche eben über Mami-Bloggerinnen, oder? Und so quasi, als ich einen Beruf aufbauen, sich ein Standbein aufbauen und mit der Zeit ein großes Publikum aufbauen, und dann muss das Bewusstsein kommen, welche Rollenbilder vermittle ich beispielsweise. Und ich denke, das ist eben die Kommunikation auf Social Media, aber auch die öffentliche Kommunikation spielt dort eine riesige Rolle. Und ich glaube, da ist auch eben diese Diversität gefragt. Also bilden wir in den Medien eine Welt ab, wie es sie wirklich gibt, in all ihren Facetten, oder bilden wir auch irgendwie seine glatte Oberfläche ab, die mit der Realität, aber sehr wenig zu tun hat, die dann wieder prototypisch ist, oder? Ja. Und ich glaube, dort gehen wir aber dann auch wieder in die Berufe rein. Das würde dann aber heissen, dass wir eben auch diverse Redaktionen haben, zum Beispiel bei den Medien. Und divers heißt eben Männer, Frauen, aber auch zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund, und eben Menschen, die die Welt abbilden. Und dafür müssen sie eben Zugang haben zu diesen Berufen auch. Ja, das finde ich ein super Input, weil das merken wir schon auch. Und wir weisen die Medien auch immer wieder darauf hin. Ich finde, den letzten großen Schnitzer, den wir da gesehen haben, war von der NZZ am Sonntag, als sie vom Bund berichtet haben, dass jetzt der Bund den Mister Digitalisierung sucht. Und es war so, hey, what? Und sie haben dann aber geantwortet, dass das schon im Bundespapier so stand. Und das sind natürlich schon, ich meine, dann ist man gerade eingewiesen auf, es muss ein Mann sein, oder? Oder ich weiß auch nicht, die SBB-Führungsgremium wird ja ein neuer CEO gewählt, es ist ein Mann. Da hat man gesagt, ja, man findet keine Frau. Aber jetzt sind wieder ein paar Stellen dort im Führungsgremium auch wieder durch Männer besetzt worden. Und das sind dann schon Sachen, wo ich sage, hey, da müsste man einfach mehr Widerstand leisten. Also die Medien müssen umdenken, die müssen irgendwie einen Spelling-Check haben auf solche Sachen. Und auch bei so ganz grossen Firmen, die nicht privat sind, oder jetzt wie die SBB, ich glaube, dort müsste es schon mehr Aufruhr geben, wenn das immer und immer wieder passiert. Weil dadurch werden einfach Bilder geschaffen, die die heutige Welt nicht mehr repräsentieren. Ja, absolut, ja. Oder man müsste irgendwelche Grundsätze definieren, auch wie man kommuniziert. Es ist ja auch mit der gendergerechten Sprache, das machen lange nicht alle Unternehmen, auch die grossen Unternehmen nicht. Ja, es ist zu mühsam und zu schwerfällig. Aber wenn man sich überlegt, dass Algorithmen aufgrund von Sprache trainiert werden, oder aufgrund uns allen Papieren, und diese Papiere alle nur die männliche Form beinhalten, dann ist eigentlich das Argument klar, weshalb das gendergerechte Sprache wichtig ist. Ja, genau. Oder eben ich muss, wenn ich nach einer Stelle suche, muss ich nach IT-Projektleiter suchen. Also ich muss mit dem männlichen Namen suchen. Und das ist schon, also ich verbreche mich ja dann ständig, oder so. Ja, sag mir ständig, da gehörst du nicht hier. Da gehörst du nicht hin, oder? Ja, und wenn wir noch bei den Algorithmen bleiben, eben wir haben auch bei Syndicom, haben wir uns mit künstlicher Intelligenz und Ethik auseinandergesetzt. Wir haben versucht, Leitlinien für künstliche Intelligenz eben mit sozialer Verantwortung festzulegen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass eben fehlende oder sogar falsche Daten eben auch zu fehlern auf den Algorithmen führen. Jetzt, Alexandra, würdest du sagen, wie können wir diese Lücken am besten versuchen zu schliessen? Oder damit wir, wir möchten ja alle auch, also in der Zukunft dann auch weibliche Daten haben und nicht nur die männlichen, die sich dann in den Algorithmen festsetzen. Ich denke, es braucht ein Bewusstsein dafür. Und das Bewusstsein dafür schafft eben, es schaffen öffentliche Diskursen, es schafft Kommunikation. Weil ohne das Bewusstsein geht es nicht. Und dann gibt es, denke ich, kommt man nicht drum herum, das auf seiner strukturellen, systematischen Ebene anzuschauen. Also wenn wir uns überlegen, wenn man die Verzerrung in NLP-Modellen verringern möchte, dann ist es zeitaufwendig und es ist mit Kosten verbunden. Und das heisst, man muss sich überlegen, wenn man zum Beispiel sagt, dass das reguliert wird, dass es Vorgaben dazu gibt, dass Daten eben geschlechtergestrennt erhoben werden müssen und es mit Kosten verbunden ist, muss man sich auch überlegen, wer diese Kosten übernimmt. Und ich glaube, grundsätzlich müssen wir darüber nachdenken, worauf wir unsere Welt aufbauen, auf welchen Daten. Also wenn man sich überlegt, das Bruttoinlandprodukt und Arbeit, Arbeit, die bezahlt wird oder Arbeit, die nicht bezahlt wird, dann ist, ich glaube, unbezahlte Arbeit sind 41, so um die 40 Prozent des Bruttoinlandproduktes und sehr viel von dieser unbezahlten Arbeit wird von Frauen verrichtet. Und das ist einfach etwas, was nicht vorkommt in den Daten. Es ist zum Beispiel nicht messbar, ob bestimmte Staatsausgaben eher Männer zugutekommen oder eher Frauen zugutekommen. Ich glaube, wir müssen grundlegend überlegen, wie Daten eben unsere Gesellschaft auch strukturieren. Würdest du sagen, es ist fast schon etwas sehr spät, damit jetzt anzufangen? Nicht, dass wir nicht schon daran gearbeitet haben, aber es ist ja doch, unser Leben basiert jetzt schon stark auf Daten und künstliche Intelligenz nimmt vielen Orten Einzug. Ja, ich bin optimistisch und sage, es ist nie zu spät. Ich denke, es gibt immer so aufrüttelnde Momente. Corona ist ein aufrüttelnder Moment. Die Black Lives Matter jetzt zum Beispiel ist auch ein aufrüttelnder Moment, wo immer den Leuten immer bewusster wird, mit wie vielen Verzerrungen von der Wahrnehmung, Verzerrungen von der Realität, eigentlich neue Realität gebaut wird. Darum denke ich, es ist nie zu spät. Es ist wichtig, dass wir es tun. Ja, das ist auch unsere Erfahrung. Wir machen ja noch oft so Sensibilisierungen mit Geschäftsleitung, dass sie sich dem eigenen Weiß überhaupt bewusst werden. Und das Interesse ist also durchaus da. Weil ich glaube, gerade was man ja auch weiß, Männer, die Töchter haben, sind auf das Thema sehr sensibilisiert. Oder viel sensibilisierter als noch Singles oder als noch junge Menschen, die noch keine Familie haben oder auch eben Väter von Söhnen. Und ich finde es schon interessant, dass eben diese viele CEOs auch denken, oh, hier läuft wirklich irgendetwas falsch. Es ist einfach noch nicht, bei den Unternehmen noch nicht so weit gekommen, dass sie wirklich Massnahmen treffen. Also eben die Ersten machen es jetzt mit den Stellenanzeigen. Aber die Massnahme müsste ja sein, ja, mein Rekrutierungssystem, ich muss mit dem Lieferant sprechen, ob er abgecheckt hat, dass der Algorithmus keinen Bias drin hat. Oder, also das finde ich, sind solche Sachen. Und die Massnahmen, das ist noch nicht so top of the mind. Ich glaube, das Bewusstsein haben wir noch nicht. Aber ja, es muss kommen. Also ich glaube, nur zugute jeder Firma, also man weiss ja auch aus der Boston Consulting Group Studie, dass Firmen, die diverser sind und Frauen in allen Stufen und in allen Funktionen haben, dass die mittel- bis langfristig viel erfolgreicher sind. Und von dem her ist es eigentlich eine Business-Überlegung, diverser zu werden und nicht so ein gut Mensch zu tun. Es geht nicht nur um Gleichberechtigung, sondern es geht auch um wirtschaftliche Vorteile, wenn man diverser wird. Was würdest du sagen, was sind jetzt konkrete Massnahmen, die Arbeitgeber eigentlich jetzt treffen müssen? Weil mir hat mal jemand gesagt, ja, wir haben zu wenig Frauen in den IT-Berufen und man könnte ja so rosa-rote Roboter oder so machen. Was ich, ja, das verstärkt ja eigentlich schon wieder das Rollenbild, oder? Das ist eigentlich ein klassisches Beispiel dann dafür. Aber was würdest du sagen, wenn du jetzt, wenn du jetzt ein Unternehmen hättest? Ja, also eben, was wir auch dem Unternehmen ständig empfehlen, ist, beginnt auf eure Sprache zu achten. Allgemein, also jetzt nicht nur in Stellenanzeigen, sondern auch, wie ihr mit den Menschen im Unternehmen sprecht oder wenn ihr öffentlich auftretet oder auch auf eurer Karriere-Seite, welche Sprache nutzt ihr dort? Weil es sind ja nicht nur einzelne Begriffe, sondern es ist einfach allgemein quasi zu kommunizieren, in dieser Branche zu sagen, immer wieder zu sagen und mit den Wörtern zum Ausdruck zu bringen, hey, hier ist Kreation oder Kreativität gefragt. Eben, es ist nicht dieses Nerd-Image vom Programmierer, der einfach irgendwie stundenlang in einem dunklen Raum sitzt. Übrigens, das ist ja auch ein Image, das die Entwickler selbst gar nicht mögen. Das ist sicher das. Und nachher gibt es einfach ganz viele Prozesse in einem Unternehmen, in denen Entscheidungen getroffen werden. Also typischerweise der Rekrutierungsprozess, der Beförderungsprozess oder wie wird eine Sitzung gehalten? Und dort werden ja überall Entscheidungen getroffen. Und es gibt eigentlich die verschiedensten Lösungen, wie man in diesen Entscheidungen, die voreingenommenheiten, die wir haben, ganz unbewusst umgangen werden können. Also für das gibt es Lösungen. Man muss sie einfach anpacken wollen. Und das ist auch das Erste, was wir mit den Unternehmen machen, ist wirklich schauen, okay, wie sieht eure Bildwelt aus? Also das kommt auch noch dazu. Das habe ich vergessen, die Bildwelt ist auch super wichtig. Welche Bilder werden gebraucht? Eben die Sprache und dann diese einzelnen Prozesse, wo Entscheidungen getroffen werden. Das sind so die, also ja, summarisch gesehen, die wichtigsten Massnahmen, die Unternehmen ziemlich schnell umsetzen können. Es ist auch nicht so teuer. Es ist eigentlich eine Willensfrage. Und dann gäbe es ja wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, sondern es gäbe auch noch andere, also bei den Arbeitsbedingungen zum Beispiel, biete ich Elternzeit, Elternurlaub an, ermögliche ich Führungspositionen mit Teilzeit beispielsweise. Wir haben jetzt bei der Gewerkschaft also stark gemerkt, dass eben diese Arbeitszeitmodelle auch ein wichtiger Punkt sind, auch für die Gleichstellung und auch, dass Frauen dann auch die Möglichkeit haben, beispielsweise Führungspositionen wahrzunehmen, weil halt viel mehr Frauen Teilzeit arbeiten, was ja dann wieder ein Gender Time Gap ist. Ja, genau. Aber es ist aber auch das Typische, dass diese, all diese Unsere quasi, wie sieht eine Stelle aus, das wird eben auch auf diesen prototypischen Mann ausgerichtet. Also wir haben, ich weiss nicht wie viele Wochen Schulferien, sieben oder so? 13, 13. 13, danke. Ich bin schon erwachsen, ich weiß nicht. 13, oder? Und wir haben im besten Fall fünf Wochen Ferienzeit vom Arbeitgeber zur Verfügung und da ist doch einfach irgendwie, stimmt doch was nicht, oder? Und das ist wie offensichtlich, aber weil es schon immer so war, nehmen wir das einfach so hin. Ja, genau. Ja, also eben die, ich glaube, die ganze Arbeitswelt ist immer noch aufgebaut auf einem Image der 50er Jahre oder 60er Jahre, wo man ja den Frauen gesagt hat, ihr müsst jetzt wieder zurück an den Herd, vorher waren es ja nicht, und ist auf diesem Bild aufgebaut worden und hält sich ziemlich wacker, oder? Und das Schöne finde ich aber daran, und das merken wir schon auch, dass wir sehr viel Unterstützung kriegen von Männern, die auch sagen, hey, ich habe auch genug von diesem Image, weil ich möchte auch Zeit haben mit meinen Kindern, ich möchte nicht 100 oder 150 Prozent arbeiten, und eben, wenn man von flexiblen Arbeitszeiten in einem Unternehmen spricht, schauen wir immer ganz stark drauf, dass es nicht nur die Argumentation der Frauen gefahren wird, sondern die Argumentation aller, weil es gibt ganz viele junge Menschen, die sagen, hey, ich möchte gar nicht mehr 100 Prozent arbeiten, das kann ich mir in der Schweiz zum Glück leisten, weil ich habe ein super wichtiges Hobby, oder ich mache eine Ausbildung, jemand anderes sagt, ja, ich möchte so viel arbeiten, 100 Prozent, aber nachher drei Monate unbezahlten Urlaub nehmen, also alle diese Flexibilitätsinstrumente kommen sehr vielen verschiedenen Menschen zugute, und nicht nur den Frauen, und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann schaffen wir auch Kulturen in den Unternehmen, wo sich dann auch alle wohlfühlen, oder? Genau. Ja, wir sind schon fast, leider schon fast am Ende unserer Diskussion, jetzt war ja letztes Jahr der riesengroße Frauenstreik, also Hunderttausende von Frauen auf den Strassen, einfach noch so die Frage an euch, wie habt ihr den 14. Juni letztes Jahr verbracht oder wahrgenommen? Ich war, ich habe mir das überlegt, ich war an einer Data Science Konferenz und habe damals noch getwittert, dass ich irgendwie, dass an dieser Data Science Konferenz ungefähr ein Prozent Frauen sind, es waren wahrscheinlich zehn, ich habe dann getwittert, es waren ein Prozent, und ich habe gesagt, das ist jetzt mein Beitrag. Ja, also ich war am Demonstrieren, ich fand es ziemlich bombastisch, was mich enttäuscht hat, waren eigentlich die Medien nachher, ich war ziemlich enttäuscht über die Medien, weil so ein Ding, wow, so viele Frauen, und irgendwie, das hat noch zwei, drei Tage angedauert, und dann war das einfach wieder weg, weg aus der Aufmerksamkeit, und das finde ich eigentlich schade. Vielleicht müssen wir als Frauen auch jedes Jahr einfach demonstrieren, ich finde es eigentlich schade, dass wir nicht jedes Jahr so eine Demo haben. Ja. Aber gut. Oder die Missstände jeden Tag und immer wieder ansprechen, nicht einfach schlucken. Ja, das stimmt. Wobei eben, das finde ich, das ist extrem schwierig, oder? Also, wenn Frauen in der Minderheit sind, in Teams, können sie das nicht immer ansprechen, weil es ist, erstens finde ich wirklich, es ist nicht ihre Aufgabe. Missstände müssen von allen auch aufgeklärt werden. Und zweitens, wenn sie es eben tun, dann werden sie einfach abgestempelt, als Emanze, weiss nicht, ja, du immer mit deinen Frauenthemen, und das darf es nicht sein. Und darum finde ich schon, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir, also wie man so schön auf Englisch sagt, Allies kriegen, oder Unterstützer, die Männer sind, die merken, dass das System so nicht richtig ist, und mitarbeiten, das zu ändern. Würde ich absolut so unterstützen. Ich auch. Ja, dann sind wir schon am Ende. Ich gebe euch gerne noch das Wort für ein Schlussvotum. vielleicht, was ihr euch fordert, oder was ihr wünscht. Wir haben sehr viel gehört, was sich ändern muss. Ja, Alexandra, reichst du zuerst. Ich möchte, ich möchte als Frau nicht eine Sonderform von etwas sein. Ich möchte, ich wünsche mir, dass wir in, in, in zehn Jahren nicht mehr über Männer und Frauen reden müssen, sondern dass, dass alle in ihre, also ich, ich bin anders als ein Mann, und ich bin gerne anders als ein Mann und ich glaube, es muss beides Platz haben und es muss einfach ganz natürlich sein. Ja, bei mir ist es eigentlich, wir haben die best ausgebildete Generation von Frauen je in der Weltgeschichte. es ist nicht mehr an den Frauen sich ändern zu müssen, sondern ich möchte den Unternehmen ganz stark ans Herzen legen, dass sie sich jetzt ändern müssen, um auf, ja, auf diesen Talentpool zugreifen zu können und das Einzige, was sie tun müssen, ist Frauen anstellen und befördern. Ich glaube, so einfach ist es. Genau. Ja, dann hoffe ich, dass alle die Zuschauer und alle Unternehmen auch diese Botschaften zu Herzen nehmen und ich danke euch ganz herzlich, dass ihr da wart. Ich fand es ein sehr spannendes Gespräch und wer noch mehr zu künstlicher Intelligenz und sozialer Verantwortung wissen möchte, kann gerne auf unsere Webseite gehen und ja, dann würde ich die Diskussion hier schliessen. Merci vielmals. Merci vielmals. Merci. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.